Dann gehen wir mal ins Opernhaus rein. Eine tödliche Vorstellung, Sequenz 1. Los geht's. Mach ich doch gerne. Im Theatral Royal. Guten Abend, Sir. Hier entlang, bitte. Verzehrt, bitte. Ich hab's geschafft. Abend, Ethan. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays, beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Er sitzt in einer der Logen. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Sir, Black Maul, that sick word of trial, comes on in the afternoon. Und sie hofft, sie wird automatisieren, so wie sie ihn hervorheben. Als der Winch ist sehr aktiv und industriell. Entschuldigt, vielmals. Entschuldigt. Ganz ruhig. Bleib sitzen, du Lixer. So. Dann klettern wir mal in die Loge. Nach oben. Die Loge erklimmen, genau. Natürlich merkt das hier überhaupt kein einziger, kein einziger Mensch. Dass wir hier klettern. An den anderen Logen. Dass es keiner im Publikum bemerkt. Aha, was machen die denn hier? Sollen wir mal aufstehen? Alles klar. Das soll man aber nicht während der Oper machen, oder? Habe ich da im Lehrbuch nicht aufgepasst. Die sind hier sehr amüsiert von dieser Vorstellung. Und einfach weitergehen. Dann knacken wir mal das Schloss. Ach ja. Das war mal sehr kompliziert irgendwie. Okay. Das war aber so geplant, natürlich. Natürlich war das so geplant. Helfen, Junge. Das hat schon doch keiner gemerkt. Das war aber so. Also, ich bin ein Mann. Versuch nicht, Junge. Das war das, was ich. Und wir wissen, dass meine Freunde einmal woher ich bin. Und ich liebe sie. Das war so. Wir sind selbst. Wir machen alles. Wir brauchen, ich binONG. Hey, Sam. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Falls es hilft, es tut mir leid. Ja, mir auch. Dann hauen wir mal ab. So schnell wie möglich. Der Rang an der Bühnenseite. Schnell! Ruhe, bitte. Da drüben. Okay, wir sind ganz ruhig. Wir gehen einfach. Ah, wie lustig, ja. Verzeiht bitte, Madam. Habt ihr irgendjemanden nichts engen? Bitte. Ich kann hier gar nicht schnell genug raus. Herrschaften! Kein Grund zur Sorge! Ja, ja, ja. Ey, ihr habt nichts gemacht. Wie konnt ihr nur darauf? Es ist dort auf dem Rang geschehen. Was machen diese Männer da drin? Los, Bewegung! Hey! Ach, was für eine Panik, ey. Das ist wieder so eine Massenpanik. Wie einfach jeder Verdächtig wird, außer ich. Was denn da? Willst du Klinge spüren, oder was? Wenn du jemanden finden, rufest! Wenn du jemanden finden, rufest! Wenn du jemanden finden, rufest! Und wie war die Oper? Sehr langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los dann? Ja. Der Geflied und Breit. Wie ihr befehlt. Der Schlüssel. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja. Die, die die Welt beherrschen, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir daran vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls wir es zuerst finden. Niemals. Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah. Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl meine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von fünf Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, mach ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Hathen, und gereicht uns zur Ehre. Volle Synchronisation, Sequenz 1. Haben wir jetzt schon Sequenz 1 beendet? Dann könnte ich sagen, ja. Tag 2 Etwas frische Luft wird gut früh. Schiffe. Sehr nice. Wir können ja noch mit ein paar Leuten reden. Einen Moment Zeit. Ah, noch ein London. Schön zu sehen, dass noch ein Mann mit Manieren an Bord ist. Rupert Martin. Hoch erfreut. Aethem Kenway. Angenehm. Anscheinend haben wir die Stadt zur rechten Zeit verlassen. Ja? Habt ihr etwa nicht von dem Mord im Opernhaus gehört? Nein. Was ist geschehen? Das wird zur Zeit noch untersucht. Und ich schätze, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen. Kennt man schon das Motiv? Jedenfalls war es kein Raub. Also vielleicht ein Geschäft, das schiefgelaufen ist. Oder etwas Persönliches. Oder etwas Persönliches. Könnte sein, etwas Schlüpfriges. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Die Stadt wird mit jedem Tag gefährlicher. Tja. Mag sein, mag sein. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als dem Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Ja, würfeln kann man hier auch noch. Hochgehen müssen wir, ne? Hier hoch können wir nicht. Ne, würfeln würde ich jetzt eigentlich nicht so gerne. Der gute alte Atlantische Ozean. Ich habe zwei Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Wir Adligen sind alle gleich. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals beloben? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an. Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Lass doch dich auf. Und doch seid woher. Ihr seid ein wahrer Spaßvult, was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht, Brate. Halt dich da raus. Ach, auch noch Schlägerei hier, oder was? Jetzt mach ihn doch endlich mal fertig. Ich will mein Geld haben. Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs. Lass das sein. Wenn der Käpt'n uns sieht. Zur Hölle mit dem Käpt'n. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Was für ein Spaß, die. Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Etwa nicht. Oh, Freunde. Oh, bist du scheiße. Oh, Mann. Was hat das zu bedeuten? Käpt'n. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Diese Mie? Wir haben nur etwas Sport gemacht. Zum Zeitvertreib, Käpt'n. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Auf ein Wort, bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft kein Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Muterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika Leben zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar. Wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag.